dasselbe ein paar minuten online und ob es startet neun und er kann mir nicht erzählen das liegt an meinem internet weil komischerweise ich bin hier schon über eine stunde online und da hat es kein gezicke gegeben kaum stream labs an was macht ihr zwei denn da erzählt ihr mir er muss das neu starten ich verstehe es nicht ganz ehrlich was haben die denn da ist doch nix muss man nicht immer verstehen was die hier treiben mich ärgert deshalb dass sie jetzt jeden morgen die ersten paar minuten vom stream verschwunden sind weil ich kann ja jetzt sind immer wieder nur so ein fünf minuten oder zehn minuten stream extra aufheben wüscht ihr nach es ärgert mich jeden fall erstmal noch mal einen wunderhübschen guten morgen es ist dienstag mittlerweile ist es zehn nach neun wie gesagt ich war schon zehn minuten da bis ob es beschlossen hat er muss neu starten ja wir sind wie immer in kohle und haben genau auf das hier gewartet weil wir nicht wussten ob wir hier bleiben müssen oder es woanders startet und wie wir sehen ist der mahlstrom gerade verschwunden sehr praktisch dafür ist es jetzt nacht moment ich habe meine verschnupften fünf minuten ich musste gerade eben schon ganz vollständig genießen und ja moment ja und es hat knippeln hat gefroren eventuell auch ein bisschen geschneit aber vielleicht ist auch nur frost und nebel schuld dass es draußen schön weiß ist keine ahnung jedenfalls sieht es hübsch aus draußen passt als wenn es geschneit hat und so kurz vor weihnachten macht das natürlich laune und ja jetzt laufen wir erstmal zum event bereich naja schon gesagt wir haben ja immer noch nicht alle items die es offen event geben könnte bekommen also wir haben jetzt letzte woche also am mittwoch wie wir es selbst mal gespielt haben haben wir das letzte kleidungsstück ergattert so wir haben beide rüstungen die komplett das komplette set zusammen es fehlen aber mindestens noch zwei möbel stücke und den ich weiß mindestens zwei noch und die müssen mal gucken ob man die noch ergattert kriegen wir haben hier so einen großen staubischen bücherschrank haben wir uns ja schon mal erspielt ich weiß dass es noch einen kessel gibt ich weiß dass es noch einen tisch gibt das hätte ich natürlich auch gerne dass wir das alles mal gesehen haben wir die endlose rennerei von event zu event und wenn es vielleicht habt ihr schon gesehen wenn ihr meine seite aufgemacht habt ich habe ein bisschen weihnachtsmusik organisiert falls euch danach ist freue ich mich natürlich verschiedene richtungen das sind sogar ein oder zwei stücke dabei die kannte ich gar nicht ganz schön ganz schön ganz schön das war so das wäre谢谢 nicht nicht das wäre ich Sollte Weil das sind hier, wo der Big Boss ist, ja. Ich muss sie da hoch. Das kriegen wir hier Ärger. Und die Kilo Strufe. Wie gesagt, mal wieder 5 Minuten schnupfen. Schlimm. Schlimm. So. Haben wir es doch schon gleich. Jetzt mal von der Insel ohne Sinn. Ja, das sieht sehr gut aus. Ich bin jetzt sogar letztens so einen kleinen Scheißer von den Viechern, Agadad. Der müsste zu Hause im Dings tun sein, gell? So, ganz unverhofft hatten wir doch, glaub ich, so eine kleine Exe, Agadad. Oh mein Gott. Diesmal darf ich den Mädchen keine Schuld geben. Ich zieh grad hier alles mit. Wirklich alles. Fünf Stück. Oh mein Gott. Ich helfe dann mal. Geht ja mal gar nicht. Das war jetzt. Ein bisschen bloß. Wenn, okay. Die stellen jetzt nämlich grad großartig ein Problem dazu, mal die kein Gift spucken. Aber, was nicht mutt, das mutt nicht, ne? Moin, Marielle, ne? Schön, dass du da bist. Alles gut? Hast du Urlaub? 123 Reißen. Ich mach die nur weg. Die brauche ich jetzt nicht. So, dann können wir nämlich notfalls Fleisch braten, wenn die Mädels Hunger kriegen. Durch Urlaub. Oh, das ist schön. Das freut mich. Das freut mich. Denen hast du hier richtig Zeit. Und vor Weihnachten ist Urlaub einfach was herrliches. Also, wenn wir hier jetzt eh fast zu Hause sind, dann laufen wir auch grad nach Hause. Guck, das geht jetzt in einem. Schnell ein paar Sachen ablegen. Ach ja. Wie lange hast du jetzt Urlaub? Bis 6. Januar oder wie? Dritte, erste. Okay. Aber immerhin, ne? Kann man sich die Feiertage richtig gut gehen lassen. Ja, ich war klar, dass die Mitsu wieder jammert. Aua. Dummes Ding. Ich will da doch gar nichts. Ich hab mir Mühe gegeben, mich vorbeizuschleichen. So. Wie sieht's denn hier aus? Da scheint nichts fertig zu sein. Ne. Ah, bitte. Wie ich gesagt habe, wir haben so eine kleine Echse hier drin. Wir haben einen jungen Bär, wir haben zwei schiefe Rücken. Genau. Okay. Sehr schön. Und Hungerhammer, was das Zeug hält. So. Na, 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 na. Ja, mach nur. Mach nur. Mach nur. Die 90. Die 90. Sendung von Conan. Jetzt muss man sich mal reinziehen. 90 Mal haben wir jetzt Conan zusammen gespielt. Drei Monate am Stück. Krass, oder? Drei Monate am Stück sind das. Oh, ich hab doch schon so ein Oberteil gehabt. Ja, ja, perfekt. Wie gesagt, wir machen ja im Moment immer noch das Event. Sonst würden wir ja in Savage rumrennen. So. Kultisten-Kram. Kultisten, Kultisten. Und hallo, Öhrchen. Ja, heute kolonieren wir immer wieder zusammen. Denkt an eure Advents-Dings, ne? Ausrufezeichen Advent. Und sorry, ich bin heute Morgen ein bisschen verschnupft. Wenn ich euch ins Öhrchen ab und zu schniefe, sorry. Eisenohr hat ne Nuss, ne Zimtstern, ne Praninen und ein Glöckchen wieder. Er läutet so gern die Glocken. Noch was? Ne. Die sind ja beide ausgebildet, sie dürfen jetzt Fleisch essen. Und während du das machst... ... ... ... ... Jetzt gehen wir erst mal an die Dingsbank. Nein, 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 nein. Ein Montarium. Also das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Liebes bisschen. Da läppert sich schon wieder Zeug zusammen. Wir kriegen die Taschen her. Was hast du noch mal drin? Du hast eine Künzeige drin und... Wieso hast du ein Wein hier drin? Kühe? Du gehörst ja auch nicht zu meinen Weibern. Wo sind die zwei da? Curry? Wo ist das Anna? Das Ellie ist schon wieder am rumzicken. Das Ellie ist schon wieder am rumzicken. Wieso bist du denn hier? Ja. Hey, dann, hey. Det vaib. Det vaib. Det vaib. Ja. Jede Menge Zeugs auf die Schnelle verteilen. Da war aber auch kein Glas. Aber hier haben wir das da drin. lulululululu. Bin ich genug Platz? Ach, kann ich nicht einfach das Tier mal auf den anderen Spielstand schubs, schmeiß? Nein. Hier habe ich viel zu viel von dem Kram. Bei anderen fehlt es mir. Schlimm. Seite kann raus. Baba habe ich gesehen. Tier habe ich gesehen. So. Trinken. Was hast du? Das war den hübschen Atemtrank. Wie gesagt, schade, dass man da nichts durchstellen kann, wie in die Kerze oder so. Aber nun, ne? Da ist das Glas. Da schmeißen wir den Tier rein. Das ist ein Kompost. Normaler Kompost. Du nicht. Aber du. Glaube ich. So. Dann haben wir noch das komische Bein. Na, 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 na. Den wir einige haben. Den nehmen wir... Das sind Zweihänder, oder? Ja. Keine Ahnung. Ich brauche jedenfalls eine Ersatzwaffe, weil die hier ist fast kaputt. Und dann hätte ich schon ganz gerne eine Ersatzwaffe in der Tasche. Weil sonst stehe ich nachher mitten im Kampf da und mache schlaue Gesicht. Weil du nicht mehr kämpfen kannst. Weil deine Waffe eben einmal ist. Der ist schon ein bisschen doof. Das kann dir eigentlich vorstellen, ne? Ist dann schon ein bisschen doof. Ich muss mal einen richtigen Geschirrschrank bauen. Hier ist Geschirr... Geschirrschrank bauen bei Gelegenheit. Und das dann oben in die Küche packen, wo es dann hingehört. Aber eigentlich nicht jetzt. Ähm... Genau. Das wollte ich rausnehmen, mitnehmen, wie auch immer. Da hab ich noch so einen blöden Trank. Das kann jetzt wieder da rein. Und dann würde ich fast sagen, sind wir soweit durch. Ihr hattet nix? Nee. Das Grünzeug kann man ganz im Notfall als Brennmaterial benutzen. Das hebt zwar nix aus, aber hey, ne? Als Notfall. Wer rundherum sonst nichts findet. Äh... Du hast die Tränke. Gut. Also, ich würde sagen, 20 von den komischen besaufen mich Tränke reichen. Gut. Aufgeräumt. Ausgeräumt. Sonne scheint wieder. Wir können los. Hibbi, 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 hibbi. Ich laufe hier noch in die falsche Richtung, wie immer. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mädels, kümmern wir euch mal kurz. Ich denke. Dann geht's hier weiter. Aha, ich ahne, das ist wieder so eine blöde Ecke, wo ich wieder ewig am Suchen bin. Immer wenn ich denke, ich weiß in etwa die Wege, wie wir sie laufen müssen, schau, wo weiß ich sie nicht mehr, weil es wieder zu lange her ist. So ist das. Ähm, da musst du tatsächlich so einen Stall bauen dafür. Und die dann da wohl reinpacken. Es gibt extra einen Ziegenstall, den du bauen kannst. Guten Morgen, Selen. Ja genau, ich mach meine Dienstag-Jogging-Runde. Also könnt ihr euren Stuhl zurückschieben, euch vor den Computer stellen und schön auf der Stelle mitjoggen. So, Trainingsprogramm. Wenn ihr das in den ganzen Stream durchgehalten habt, dann wisst ihr auch, was ihr könnt. Dann wisst ihr auch, was ihr könnt. Bitte. Ich hatte doch diese ganzen Ziegenbabys ja schon mal gehabt. Und hab die ja dann in Samarisch wieder weggeschmissen, weil ich im Moment noch keinen Stall gebaut hab. Und den auch noch nicht gehabt hab. Ich hatte den ja erschlagen müssen. Das hab ich zwar mittlerweile, aber ich hab noch keine gebaut. Ich hab ehrlich gesagt noch keine Vorstellung, wo ich den hintu oder so. Ich sag mal, Moment mal, nicht so wichtig, mir noch so viele andere Sachen zu bauen. Das erste, was ich jetzt krieg, ist in so einem Gazellen- oder Antilogenstall, damit ich genug von dem Endfleisch für die Katzen hab. Dass das ein bisschen schwierig ist. Ja, ne? Wir hatten ja diese Ziegenbabys. Da hatte ich ja tagelang gesucht, was man mit den doofen Dinger machen tut. Weil das keiner gewusst hat. Da muss man wohl tatsächlich die in den Stall reinpacken. Das ist die Endste Info, die ich gefunden hab. Weil wir haben ja, ich weiß nicht, was wir alles an Futter ausprobiert im großen Stall, im normalen Stall und sonst wie. Und das Endste, was wir jetzt noch machen müssen, das nächste Mal, da hab ich mich aber schon erkundigt. Ich hatte doch diese Spinneneier und noch irgendein Ei gefunden. Oder bei irgendeinem Typen rausgeprügelt. Und da weiß ich aber mittlerweile auch schon, wie man die ausbrüdet. Da hab ich mich schon schlau gemacht. Und was die essen müssen. Oder wollen. Oder können. Oder dürfen. Sonst geht's dir gut so, Maid. Denk an dein Adventspäckchen, gell. Variel hat's, glaub ich, auch noch nicht geholt. Variel ist noch im Urlaubsfreutanz. Ein Apfel, Lebkuchen, Überraschungsei und ne fette Rute. Fibarien. Na guck, er war doch nicht so brav. Viel Spaß damit. Ich hab mal Bilder im Discord von einer Riesenspinne gezeigt. Die hat doch, Ellie, hat doch mal davon erzählt. Letzte Woche oder vorletzte Woche. Und dann hab ich Bilder von den Dinger gemacht, die sie mir da geschickt hat. Und hab die in den Discord reingemacht. Das ist ein richtig fettes Viech. Aber so einfach taucht die nicht auf. Damit du das nämlich richtig sehen, musst du nämlich die Religion haben. Du musst die entsprechend hoch haben. Du musst das Ding beschwören. Also. Also. Ne? Aber. Ey, ein geiles Vieh war das schon, ne? Ja. Ah, ich hab sie schon gesehen, ja. Wie gesagt, wie ich mich schlau gemacht hab. Wie ich die Spinne aus dem Ei krieg. Und was ich dir füttern muss. Und. Ja. Weil ich da ein bisschen dumm. Ich hab, ich hatte ja noch nie eine gehabt, ne? Also weder eine Spinne noch, das andere war glaube ich eine Sandechse oder irgendwas, hab ich da ein Ei gekriegt. Nicht gekauft. Die hab ich, wie gesagt, mir erprügelt. Äh. Und dann hab ich mich verzweifelt. Was mach ich jetzt damit? Ich hab sie doch dann einfach in den Kühlschrank reingestopft, damit sie mir nicht kaputt gehen. Weil ich, äh. Und ich keine Ahnung hatte, was ich damit machen muss. Und was die essen. Ich hab mal sie aber irgendwo aufgeschrieben. Also wenn wir wieder Zawa spielen. Ja, Entschuldigung. Ich bin sehr. Kurzatmisch im Moment. Äh. Wenn wir wieder Zawa spielen, dann, ähm. Werden wir auf jeden Fall uns um die Eier kümmern. Ja. Definitiv. Geh doch weg. Wenn, normalerweise grad Sand-Echsen und so kann ich normalerweise ja nur kaufen. Und die hier, die, wie gesagt, die hab ich mir erprügelt. Da konnte ich ja nicht ahnen, dass die, äh, äh, so ein Ei dabei haben. Fand ich natürlich cool. Ich lass uns die Mädels mich wieder nicht trauen. Wie der sich so demonstrativ zu mir rumgeteert hat. Naja, kann ich ja behalten. Ich hab so viel. So, und jetzt müssen wir theoretisch da hinten rüber. Mal erst mal das Knochengezeug hier wegmachen. Mit einem Schlag zwei ein bisschen Aura machen, ist schon lustig. Habt ihr den mal genug? Und schwupp ziehen sie die da hinten wieder. Die ich immer vermeiden will. Und trotzdem werden sie immer gezogen. Da hinten, die, wo an der Kiste gestanden haben, die zwei. Die versuche ich immer zu vermeiden. Keine Chance. Dieses blöde Bogenteil. Was denkst du dir eigentlich? Kiekst mich doch die ganze Zeit. Klobst ja nicht. Ey. Hast du mich vorher gefragt, hä? Dein krummes Schwerter noch. Also bitte. Der will den schon ein krummes Schwerter. Nee, nee, nee. Bevor es hier eng wird. Mal Schlicksche trinken, gell. Das fällt halt um. Könntest du mal aufhören? So, irgendwo müssen noch mehr Leichen liegen. Da ist noch eine. Jetzt wird's dunkel, oder? War da nicht noch eine drin? Den hatten wir. Himmel jetzt alle. Und dann haben sie schon wieder Leichen zu schnell vom Acker gemacht, bevor ich sie überhaupt bluten konnte. Frechheit. Ist das so dunkel hier? Ich bin fast auf Anhieb richtig, Kinders. Ist nur nicht so dunkel mehr. Ich würde behaupten, es wird Nacht. Ja, klar. In der Nacht muss man doch nicht kämpfen. Das tun wir uns nicht an. Das tun wir uns nicht an. Oh, ist das schön draußen. Wie gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob das jetzt Froscht oder genebelter Froscht ist, oder ob es tatsächlich geschneit hat. Auf jeden Fall ist es weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass... Wir hatten jetzt die ganzen Tage immer ganz viel Nebel gehabt, dass es den Nebel gefrostet hat, und dass es deswegen wie geschneit aussieht. Einfach schön. Wird schon hell? Wunderbar. Na guck. Das nenne ich Timing. Einen Schritt entfernt. Die Dunkelheit abgewartet. Einmal. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur den Stein verhauen. Ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast. Ich muss nur ganz unschuldige Steine verhauen. Nein, 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 nein. Das nüsste noch. Da hinten. Ja genau, mach dich mal nützlich, Andy. Hopp. Hopp, hopp. Ihr habt den Akku und ich kann Steinchen hauen. So macht man das. Dann kommt nämlich kein Neuer von euch. Dann kommen wir kein Neuer. Oh ja, gute Idee. Tanz mal. Ausnahmsweise ist eine gute Idee. Dann, wo ist er denn? Schnappt euch das Bubi. Ach, Himmel, Eimer und Zürn. Ich will nicht dein Inventar. Du sollst arbeiten. Schlimm. Dann stellt die sich so dicht hinter einen. Egal wie man sich dreht. Damit man ja nicht zu ihr Arbeiten schicken kann. Schlimm, oder? Schlimm. Weniger Turmen, mehr... Äh... Weniger Turmen, mehr Hauen. Macht's weniger Aua. Fein gemacht. Fein gemacht. So ab und zu kannst du ja dann doch... Ja, das ist schon mal nicht so weltbewegend. Ach, schade. Schade. Das haben wir alles schon. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Obsidian Wurfschmere. Ja, wie cool. Wir haben was Neues. Obsidian Wurfschmere. Die haben wir gesagt, können wir wegmachen. Eisenpickelbote. Ja, nett. Ich glaube, das ist jetzt unsere dritten Obsidian-Creams-Creams. Und die hier können wir sogar ein bisschen benutzen. Mal schauen, was sie können. Weil die kriegen wir nämlich, wenn wir sie getroffen haben, zumindest teilweise wieder zurück. Und jetzt brauchen wir einen Platz, wo wir warten müssen, können, dürfen, wo der nächste Event-Ort ist. Hier will ich ein Kind-Ort. Hier war doch Wasser, ne? Erd-Ort. Wo rennt ihr denn rum? Was habt ihr denn so an der Feiertage vor, Kinos? Bier, die Kinos? Okay. Ich sch Suffere mich. Und ja, I wish I could. ja gucken wir einfach mal ich weiß wir waren hier schon wir müssen ja nur den anfangsbereich machen ganz durchgehen will ich gar nicht einfach nur ein bisschen zeit vertreiben bis die nächste event dinge da ist vielleicht bis zur ersten kiste mal gucken ich bin das immer alles schon dann hast du ja zeit für mich bauch voll schlagen ist immer gut ja also feiertagen ihn irgendwie muss das sein naja früher als ich noch die kunter bunten fernsehsendungen geguckt habe da habe ich immer ganz gerne das letzte einhorn oder sowas geschaut aber ich habe ja kein fernsehen mehr und über den computer kann ich ja nur die öffentlich rechtlichen gucken und von daher wie deprimiert sein warum denn jetzt auf einmal deprimiert warum naja gut ich meine was habe ich gutes ja ich habe drei todesfälle unter anderem dieses jahr zu beklagen gab ja aber deswegen den kopf in die sand stecken muss man das komm schon hast du uns komm schonお komm schon komm schon Ich bin nicht zugänglich. Jetzt rührt die Anna sich nicht. Oh Gott. Hurri! Du auch! Wie wirft man nochmal Sperre? Wie gut, dass der Sperre ihn verkrüppelt. Aber wie viel haben wir denn auf einmal? Ja, streck mir dein Poppes entgegen, ich steh drauf. Das war gut. Und ich bekomme schön von meinen Sperren zurück. Und er hat etwas Grünes, das ist gut. Ihr habt euren Obtot, sehr schön. Denn da steht eine Kiste. Holt euch den mal. Und da steht die Truhe. Ich glaube ich habe jetzt genau die Waffen wieder gekriegt, die ich der Tänzerin gegeben habe. Warte mal. Na wo ist sie denn? Hast du die nicht rausgeholt? Doch. Die Kiste ist weg. Wo ist denn die Waffe hin? Ich sehe sie aber nicht. Schlangenmenschpfeile. Das sind die Wurstbären. Muss ich wieder reintun. Knochen nehmen muss ich nicht aufheben. Ach, Kinas. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Die haben wir gezogen. Diese komischen Klingen. Warum die da hinten versteckt waren, muss ich nicht verstehen, schätze ich mal. So. Da hinten war noch einer. Dann könnten wir eigentlich schon. Ne, ist noch kein. Dann kümmert euch mal um das Digaschen noch. Ach ja. Ich sehe nichts. wo ich da hinten treffen kann. Ne. Ach. So geht es nicht. Ich weiß nicht. Dass das immer so Giftzeuge abgeben muss. Null. Diesmal kriege ich nicht viele Obsidianen Pfeile zurück. Guck. Wo ist der andere? Da. Moin, Cinderella. Ne. Wie ist denn bei dir, Selina? Hast du denn so klassische Filme, die du guckst, wenn du schon fragst? Kevin allein zur Hose? Und Cinderella eher für Serien, okay. Ähm, 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 ähm... LOL, der hat drei Äxte an derselben Stelle auf der Stirn. Habt ihr das gesehen? LOL, ich kann nur leider nicht lange genug stehen bleiben, dass man das genau... Guck, 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 guck! Ja, jetzt hat er sie runtergeschmissen. LOL... Also Cinderella, ne? Cinderella ist ja auch so ein klassischer Weihnachtsfilm, ne? Irgendwie. Man kommt ja nicht drum rum. Man kommt ja irgendwie nicht drum rum. Aber das krieg ich wahrscheinlich ja doch, wenn ich mitkrieg, wann es läuft, weil sowas wie... Äh... Fernsehheft hab ich schon ewig nicht mehr. Das läuft ja sogar in den öffentlichen Rechten meistens. Ja, ne? Cinderella, dein Name ist grad sehr ungeschickt um die Jahreszeit. Ja, dann sogar Netflix hat dieses Jahr Sissi im Programm. Das war ja auch mal immer so der klassische Weihnachtsklassiker. Ich hab gesehen, dass Netflix dies dieses Jahr drin hat. Musste ich grinsen. Darf ich hier mal raus? Ja, ansonsten... Hm... Ganz früher gab's dann noch... Ich weiß nicht, war das Weihnacht oder war das Silvester? Ähm... Vom Winde verweht immer, aber das hab ich schon ewig nirgends mehr gesehen. Das gab's ja auch mal ne Zeit lang immer wieder. Nur wie gesagt, das hab ich schon ewig nirgends mehr gesehen. Mhm. Was hat denn der da gehabt? Ach, ein Schild. Ok. Mit Sheena Davis und Simon & Jackson gibt es auch einen netten Film Tödliche Weihnachten. So, ab und zu. Ne, ich sag mal so. Für ein bisschen Action haben wir hier Conan, New World und Co. Ach Gottchen, was hier überall Hebel sind. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Lauter, lauter kämpfen. Kann man die gar nicht gesehen. Ist nix. Nix. Gut. Ich glaub, Tödliche Weihnachten kenn ich sogar. Glaub ich. Glaub ich. Plede Eier. Plede Eier. Da hab ich doch Essen. Eigentlich wollte ich das Dungeon doch gar nicht fertig machen. Ich mal wieder, ne? Schick. Ich wollte immer schon eine abgetrennte Hand in der Wunde. Ja. Glaub ich. So. Dann hab ich grad das Gefühl, dass ich gar nicht treffe. Dann hab ich grad das Gefühl, dass ich gar nicht treffe. Weil ich gar keine mehr anhabe. Gut. Warte mal. Jetzt. Lululul. Lulul. Und ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich erst meinen falschen Hasen oder zuerst meinen Spanfergelrollbraten verdrücke über die Weihnachten. Eines davon muss es ja dann an Silvester wahrscheinlich geben, außer ich organisiere mir noch einen Fisch. Wobei das gerade schwierig wird. Okay. Okay. Ich glaube, wie wir hier durch sind. Dann bin ich überlastet. Hatte ich nicht noch so einen Trank? Warte mal. Es wird langsam eng. Da hinten ist noch eine Kiste. Kommt der jetzt her? Voll geladen. Der hätte doch schon halber drückt. Die haben doch einen gezwungen. Woher auch immer. Ich habe vergessen, wie viel... Stimmt, das waren diese Schlangen-Dings, Bums, was die wahnsinnig vielen Waffen immer gegeben hat. Die sind zum Teil gar nicht so schlecht. Die sind zum Teil gar nicht schlecht. Aber Wurf-Äxte... Leute, ich habe Wurf-Äxte für die nächsten 100 Jahre, habe ich das Gefühl. Unglaublich. Und die Pfeile. Die habe ich jetzt für die nächsten 100 Jahre. Dann gehen wir, glaube ich, nehmen wir so schnell aus. Ach guck mal, da ist auch noch eine Kiste verstoppelt. Ach jo. Gut, Kinas. Dann müsste man hier aber schon fast durch sind. Ich denke, wo wir die Äxte da in dem Feed drin hängen. Das sieht so lustig aus. Komm, damit es nicht einseitig wird, kriege ich von der Seite auch noch was ab. Lohle, das sieht so lustig aus. Meine Äxte wiederholen fünf Stück, hatte ich dem reingeschreuert. Das sieht ja lustig aus. Ach, Kinas. Heya, hia. Galada. Hallo, risch. Güte zu sterben. Dankeschön. Apropos, war ich nicht zwischendurch mal gelevelt. Was können wir denn jetzt schon? 15% mehr Schaden. Ich bin überlastet, das mal so zu erwarten. Das war jetzt so zu überwarten. Ach, warte mal, wieso habe ich eigentlich Eieressen noch in der Tasche? Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Ich bin jetzt nicht am sterben hier wegen dem blöden Viech. So. Den hatte ich doch gebraten, ne? Dann machen wir das so und dann kriegt kleinen Ellie. Nee, ich habe nur das falsche. Wollt gerade sein, Ellie hat nichts mehr zu essen. Das kann aber doch fast gar nicht sein. So. So. Das konnt jetzt nicht sein. Du liebes bisschen. Hilfe. Okay. Kein Wunder, dass ich überfüllt bin. Zur Hilfe. Die wiegen ja doch ganz schön viel, die Pfeile und Zeug. Jetzt können wir wieder ein bisschen was tragen. Da war nichts drin. Und wo geht es jetzt weiter? Da? Nee, da geht es hoch. Theoretisch müssen wir doch jetzt wieder runter irgendwo. Theoretisch. Schahit. Warte mal, wenn hier Leichen liegen, dann müssen wir ja von da gekommen sein. Ich und Orientierung, ne? Ihr müsst hier jetzt alle Eier mitnehmen. Dumme Mädchen. Genau. Und hier ist noch was Lebendiges, dann sind wir richtig. Dann waren wir hier noch nicht. Und hier ist noch ein bisschen was. Ähm. Du garstisches, komisches Viech. Aua! Ich habe schon wieder keine. Würdest du bitte? Wie oft muss ich da noch drauf drücken? Trink, 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 trink. Nein, sie will nicht. Erst muss ich den Finger brechen, dann trinkt sie. Das muss ich jetzt nicht haben. Schlimm, das Weib. Schlimm, schlimm. So, ihr kümmert euch mal da an. Ich gucke, was das da oben ist. Weil da hinten ist nämlich so ein Runter-Trab-Ding. Ah, da waren wir anscheinend aber schon mal. Dann geht es tatsächlich da hin. Ja, ich komme ja. Ich komme ja, Mädels. Ich komme ja. Habt ihr den fertig? Dann dürft man doch langsam. Der dicke Bubambi. Dann fang mal mit denen an. Ich glaube, der in der Mitte ist nämlich der dicke. Was ist mit dir, Kuri? Fühlst du dich nun wieder nicht angesprochen? Ja. Auch für dich. Extra und auch für dich. Extraordinär. Oder wie war das? Das ist der dicke. Guck mal. Der hat sogar eine Rüstung an. Ja. Und der hat drei Sterne. Ich gucke mich dann mal. Und hallo. Was macht der dicke? Aua. Geiler Treffer. Nur vom Zugucken tut das weh. Hallo, Dicke. Oder dicke. Bei den vielen Eiern würde ich ja fast behaupten, das ist eine dicke. Ein Weibi. Hab ich. Ja. Das hat auch weh getan. Ich hab ganz doof getroffen wieder. Und ich hab keine mehr. Ich hab dem schon mindestens 10 von diesen Äxten reingefeuert. Ja, nicht duppen. Das zählt nicht. Duppen zählt nicht. Das sieht doch so lustig aus, wenn die Äxte an dir hängen. Loll am Schwanz. Loll am Schwanz. Okay. An der Zunge. Guck mal. Das Speil hängt in der Zunge drin. Mik. Loll. Jetzt wissen wir mal, warum seine Zunge gespalten ist, oder? Guck. Ja, jetzt nicht mehr. Schade. Können wir das nochmal hin? Ja. Warum ist die Zunge der Schlange gespalten? Weil wir es mit dem Bein gespalten haben. Da hängt es. Hallo Six. Guten Morgen. Ich bin schon wieder ein, oder? Ich bin schon wieder auffüllen. Warte mal. Hier ist der Hammer. Und tot ist er. 17 Beide kriegen wir immerhin zurück. Das ist aber nicht alles, was wir drin hatten. Wie krass. Wie krass. Das ist nix. Alles sonst in Ordnung. Halbwegs. Außer mal das, was... Nääääääää. Lass los. Lass los. Denkt an euer Advents-Tütchen. Wer es noch nix hat. Halternei. Ich werd doch jetzt nix... ...an dem... ...Kroppzeug sterben. Weil ich kein Getränke geholt. ...nein konnte. ...dass ist... ...Dass ist... ...Bischheit. Zu weit. Ich meine... ...dass... ...dass ist... Hast du noch irgendwo einen neuen Termin gekriegt, der vielleicht ein bisschen geschickter liegt? Du sah! Du ru! Iasi sa siaras! Sufsu! Dias ur ursasail! Sa sias su suraish! Aish fuh suras! Urtunusasar! Atzun tun chuchu asiasus! Iars jarasurush su nuril! Isu nu! Piai erosail! Und was haben die gesagt dann? Haben sie sich das wenigstens angeguckt? Da schließe ja noch drei Termine, wow! Überlastet! Ach ja, die ist ja soweit durchgeskillt, dass der das wurscht ist! Das kann weg, das kann hier weg, das kann weg! Dann wegschlangen gucke ich, ob ich die habe, na dann weiß ich nicht! So, und was trinken! Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass wir hier alles haben, aber wir gucken trotzdem! Waffen und Rüstung habe ich noch nicht abgegriffen! Da! Ich glaube, das hatte ich nicht! Kann das sein, dass wir das das erste Mal nicht geschafft haben komplett? Die haben sich das angeguckt, direkt mal 20 Liter Blut abgenommen und muss noch, um auszustehen, dass die Knoten geschwollen sind! Okay! Ja, das gefühlt 100 Liter Blut abnehmen! Ja gut, wo sind denn noch Lymphknoten? Ich habe den Hals, an der Achsel, in der Leiste! Wir fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein! So! Wenigstens noch was getrunken! Ach, das waren diese hübschen Äxte, ja! Na dann! Die sogar teilweise kaputt sind, nach sowas! Du bist so! Also, das sind wir nun ein und von den Hals. Weil, einfach nur die Hals, für einen Treib des Lebensjuss! In der Hals ein gewonnen werden! Erst mal, aber die Säte ... In der Hals haben wir die Hals auf dem Hals. So, der ist einfach nur toter wie tot. Was habt ihr da unten zu zu kämpfen? Verhungerte Hunde. Ich will doch hier wieder nur raus. Mehr habe ich doch gar nicht vor. Wie war es immer hier falsch? So rüber. Fast. So rüber. Das sieht gut aus. Es gibt noch ein paar mehr, die im Körper liegen. Unter anderem der linken Venenwinkel, dann Brusthöhle, Zwerchfell. Ah, okay. Ich kenne wahrscheinlich nur die, die außen tastbar sind. Venenwinkel, Brusthöhle, Zwerchfell. Himmelkinners. Wir wollten uns ja nur die Zeit vertreiben und sind dermaßen gefühlt. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Es ist halt der Vorteil, wenn man den N skillvoll hat, dass man halt ganz normal sich bewegen kann, obwohl man völlig überlastet ist. Man verliert glaube ich nur ein bisschen schneller Ausdauer, oh mein Gott. Es gibt schlimme was. Ach Hundi, geh weg. Na Six nimmt sich eine Apfelzuckerstange, Oblade und ein Stück Kohle aus seinem Adventssäckchen. Willst du deine Spinnen wieder anmalen? Willst du deine Spinnen wieder anmalen? Ja, ja. Und eine Zinderella, eine orange Lebkuchenoblade und ein Glöckchen. Bimmel, bimmel, bimmel. Zinderella tut mit dem Eisenohr zusammen die Glöckchen bimmeln, na dann. Ich glaube wir wollen das nicht näher wissen. Die tun gemeinsam die Glöckchen bimmeln. Das war ein schweres Wort, ich weiß schon. Ich kenne das. Wenn es so gar nicht rausfällt. Nee, 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 Eisenohr. Durch die Privatsphäre und so. Ja genau, und da haben Cinderella ist schon ganz zwickerig. Nee, lasst mal euch ein bisschen Privatsphäre. Müssen wir nicht alles erzählen. Was wir hier sehen und erleben. Nee, nee, nee. Kines. Ach, jetzt seid ihr immer wieder da. Ach, ja. Ach, ja. Ich weiß, was da hinten hoch. Hihi. Ja, ja, wir haben euch erwischt. 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 So geht das manchmal. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt? Dann kriegen wir dann so mein Geburtstag rum, wieder kleine Shatterlines, weil sie jetzt die Kröckchen wimmeln. Hier wird neue Shatterlines. Ach Katzenvieh, lass mich. Ich will doch gern, dass du da rauf gehst. Lass mich doch einfach in Ruhe, dann passiert dir nichts. Ich bin doch bestimmt oberhalb von meinem... Quietsch! Geh doch mal weg, du dußliche Schwein! Ich will doch nur kurz was gucken. Super. Haben die Mädels sich schon gekümmert? Ich muss mal. Ein Richtungsbild... Ihr wisst schon, mit angeleckten Daumen mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Man kennt das ja. Darüber. Echt jetzt? Echt jetzt? Scheiße. Ich kenn mich doch! Da jetzt lebend runterkommen. Ja. Das ist schon mal... Die steht da! Oh! Können wir sind schon unten? Ja dann! Ich bin lebend runtergekommen! Ja Bubi! Ich krieg Übung hinaus! Wieso habe ich hier eigentlich keine Waffe mehr drin? Ich kriege Übung! Was hab ich denn da noch? Was ist die geschlangenen Mensch-Schweine? Ne ne ne! Nichts! Ich kriege dich. ich kriege... Nee nicht! Das ist zu spät, ich gebe zu dir. Das kann ich in der Zukunft. Dann sind wir doch oben, na guck. Du Doofi-Kratz! Sucht doch doch jemand anderes. Oh, unser Pferd ist fertig. Kina, spring Spielzeug mit. Das sieht ja hübsch aus. Schaut mal. Ein Schimmel. Ein Schimmel. So eine Farbe wollte ich noch keine. So, seid ihr fertig? Ich bin fertig. Ich darf doch auch mal wieder raus. Hier ist schon immer noch nix fertig. Sehr gut. Das sieht ja hübsch aus, das Pferdchen. Ich stelle mal erst mal da dazu. Ein hübscher Grauschimmel. Du darfst ein bisschen mehr Mähne haben, aber ansonsten... Kann man dich angucken. Wir hatten noch ein Pferdchen, gell? War da nicht was? Wir hatten noch ein Pferdchen, meine ich. Keine besonderen. Ich glaube, ich hatte noch einen Fohlen zum Großteam. Drei Steaks musste das arme Ding essen, um satt zu werden. Halleluja. Halleluja. Du, hättest du die Babys, oder? Ja, wusste ich's doch. Ein robustes Fohlen, super. Es ist nicht einfach nur ein Fohlen, es ist ein robustes Fohlen. Das könnte man mal sagen, dieses hübsche, weiße Pferdchen... Das könnte man mal sagen, dieses hübsche, weiße Pferdchen, das war bestimmt der kleine Tänzer. Mal gucken, was aus dem da wird. Mal gucken, was aus dem da wird. Mal gucken, was aus dem da ist. Hat die schon hier was mitgebracht? Hat die für hier schon was mitgebracht? Hat die für hier schon was mitgebracht? Ich glaube nicht, aber... Doch, guck mal. Das ist da... das war das kaputte schwert wo ist der jetzt hin wo ist mein 45, 37, 13 trotzdem müssen wir einen aufnehmen weil wir gerade keinen ersatz Schlangenmenschwerter in Schlangenmensch Abhäutmesser das ist aber zum Teil kaputt ich glaube nicht besser wie die die ich habe oder was hab ich denn da nö ich hab ein Sternmetalldings da kann der Weg Stahlpickel du liebes bisschen die lustigen Obsidian-Sperre ich glaub das ist dann die dritte oder führte Obsidian-Dingsbums das wir gefunden haben mal grad gucken da ne die Waffe ist ein anderes Ding da einen normalen Speer haben wir und hier haben wir wie nennen die sich Wurfspeer das sind die Schlangenkriegsexte ich hab ein Zehner-Stick voll zu liebes bisschen der ist schon fast kaputt der ist schon fast kaputt der auch den müssen wir nicht aufheben wir haben keins mehr gehärtete Stahldeutsche na doch dann heben wir den auf ok so macht der jetzt noch mal Platz nein 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 ne warte mal mach mal langsam das ist halt kaputt das lohnt sich ja gar nicht das ist halt kaputt ok das geht schon eher das ist ja auch praktisch kaputt heute haben wir nicht so viel Glück mit den Waffen wie sonst gewünscht ach Waffengriffe ja wie viel Wurfspeere habe ich und Äxte und Hilfe. Nee, das wird geschrottet. So, habe ich jetzt hier einmal Deutsche drin oder nicht? Ja. Aufräumen ist halt immer... immer viel Arbeit. Hilft alles nix. Die Tieren halt. Kriegsangst. Und da haben wir noch nur so komische Klingen. 75 verwittertes Altarium haben wir gekriegt. War ja auch schon mal kein Luxus. Traum war ja immer. So, dann gehen wir euch erstmal schmucken. Ach, Madame. Ihr kommt. Danke. Ist ja nicht so, dass wir das Zeug nicht immer wieder nachkriegen. Jederzeit wieder. Jederzeit wieder. Ist das los? Ich kann mich nicht schmucken. Ich kann mich nicht schmucken. So. Über 100 von diesem Unsekret Schlangengift Sprengdrüsen. 4... Über 60 waren das. Aber wir kriegen nicht alle hier rein grad. Da kommt das hier raus. Da geht das rein. Die komische Schäle. Da. So. Dingsbums der Natte. Warte schon. Warte schon. Dämonen ertrunken. Golfsmenschen. Hobolt. Teufel? Nein, den hatten wir noch nicht. Schaut. Und... Dann haben wir jetzt 2... 6 von 7 von diesen Dingern. Ich muss das jetzt noch 1 zum Teil erfolgreich... Dingsen. Dann... 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 Habe ich wieder ein Achievement. Mir fehlen, ich glaube, noch 6 Stück oder so. Dann habe ich für Conan alle Archivements. Und dazu gehört unter anderem 7 solche Siegeln auf einmal aktiv zu haben. Aber ich hetze mich da nicht. Oh, hattest du da noch... Bäre? Nö. Die hat Wurf-Ext. Ich glaube, ich habe die mal getroffen. Dann hatte... Ellie will schon los. Wo ist Ellie? Wo wird gehampelt? Da. Und Ellie hatte eine Wurf-Sperre. Komm. Na ja, ein Pico. Aber... ... ... ... Also, ich nehme jetzt nur ein Teil der nächste mit. So ein bisschen alt. Die sind ja auch schwer. Die wehnten 10 Kilo so ein Steak. Nehme ich zwei Steak mit, das muss reichen erstmal. Auch wenn ich unendlich tragen kann, das kann es nicht sein. Jetzt haben wir über 100 ab von diesem grünen Zeugs da. Ein bisschen Sternenmetall haben wir auch. Kein Schaden. Wo Asche war auf jeden Fall. Wo Asche, das Gnomeel haben wir. Mehr wie genug. Goldbachern sind nicht hier drin. Was ist hier drin? Natürlich Eisenerz. Was auch sonst. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon massig haben. Guck. Krass. Nein, nein, nein. Goldbachern. Jede Mega-Goldbachern. Goldische Bachern. Da wollte ich was probieren. Mit dem Krushtier zu viel haben. Dann geht nix. Und wenn ich das da mache. Geht auch nix. Geht auch nix. Na sowas. Und hier drin. Ne. 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 Ist mir ja gewundert. Und wenn ich mal Idee habe, dann geht es natürlich nicht. Ne. Geht nix. Okay. Dann schmeißen wir den Scheiß einfach nur weg. Das ist viel zu viel. Dann haben wir noch Klamotten für Schlafzimmer. Kultistenkram. Kultistenkram. So. So. Es wird schon wieder dunkel. Dabei ist erst elf Uhr. Guck mich mal vor, wie gestern in Meteor Dynasty. Ich wollte immer am Tag schlafen gehen, weil es zu dunkel war. So ist das, Kinos. So ist das, Kinos. Nein, nein, nein. Nein, nein, Kinos, nein. Schlimm, schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Du steh ich mir im Weg, Weib. Danke. Danke. So, dann hatte ich noch irgendwelche komische Bachen. Ich bin wieder mal mehr damit beschäftigt, mich leer zu machen, wie die Dinger zu machen, was ich eigentlich machen will. Da, vorhin hatte ich doch irgendwo noch drin, da. Eisenkorb. Und Stahl habe ich hier. Gehärteter Stahl. Hilfe, nee. Wir sind einen ganzen Schlüssel losgeworden. Einen ganzen Schlüssel. Nee, da sind wir vor einer Schlüssel. Stopp. Da sind wir definitiv vor einer Schlüssel. Was? Ähm. Ähm. Was? Wusste ich's doch. Da haben wir ganz viele davon. Da haben wir jetzt geschafft. Der hält nicht so viel aus. Alchemistischen Krimskoms. Das kriegen wir hier noch rein. Schick. Schick. Schick, schick. Dann würde ich sagen... Kann losgehen. Du musst noch einkaufen. So. Bis denn. kommen. Holt Spaß. Bring uns was Nettes mit. Okay. Ja, 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 ja. Wäre schick, wenn wir jetzt noch die fehlenden Möbel kräten, dann hätten wir alles. Oh, die Axt sieht schon lustig so auf dem Rücken aus. Vor allem, weil die gar nicht so wirklich wie eine Axt aussieht. Schon witzig. Dann haben wir jetzt noch die Axt. Ich habe gerade einen Hund runtergeschmissen, beziehungsweise so einen lustigen Erdwolf. Wir sind... Wascht richtig? Wascht richtig? Was ist das denn? Ein Baby! Schau, das ist meins. Ein Baby! Schon wieder so ein Echsenkind. Ne, guck! Die Hammer wird schon zweimal abgegriffen. Ein Baby! In letzter Zeit habe ich hier richtig Glück mit Babys. Das war's. 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 Ich muss nämlich ein Stück schwimmen. Das war's. Danke klar. Da haben wir zwei Babys schon wieder. Zwei süße Babys wieder. Mal gucken, ob wir da eine Mächtige irgendwann mal rausgezuppelt kriegen. Ich würde verschwören, dass die auf Zippa die Babyrate erhöht haben. Wir haben nie so viele Babys gefunden, wie in den letzten Tagen. Unglaublich. Wir sind ja als eine Woche die Karte rauf und runter gerannt und haben nicht ein einziges Baby gefunden. Und seit dem Event jeden Tag mindestens zwei, drei Babys, wie auf der normalen Exzellente-Karte. Das ist ja schon erschreckend viele. Zwar nicht unbedingt alles von denen, die wir gerne hätten, aber es sind definitiv mehr Babys. Weil denn, was wir an Pferden gefunden haben. Wir haben ja mindestens sechs, sieben Fohlen gesehen. Zwei haben wir mitgenommen. Ohne alles andere. Jetzt sind wir nicht gewohnt. Nicht in Zippa. Und vielleicht liegt es auch dran, ne? Kurz vor Weihnachten, Geburtsrate steigt drastisch an. Warum auch immer jetzt. Da brennt mein Fackel. Da brennt mein Fackel. Da brennt mein Fackel. Alle man da. Weiter geht's. Martin Alain. Das hier. Wo ihr euch dann in Ruhe um Schiss kümmern könnt. Seht ihr? Schon kommt der erste Turm. Ich bin schon nah genug. Das war schon der zweite Turm. Mädels, kümmert euch. Wo habt ihr den jetzt liegen lassen? Der ist schon weg. Bevor er richtig tot ist. Ey. Nicht mich hinlegen. Ah ah. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr gleich mal vergessen. Mach ich nicht mit. Ich geh da lieber Steine verhauen. Ich will Steine hauen nicht um mich. Ich will Steine hauen nicht um mich. Los. Komm. Und? Komm. Komm. Komm Sondern natürlich die Ellie. Schlimm, schlimm, schlimm! Schlimm, schlimm. Und Cory hat gleich alles an der Backe auf dem Boss. Ellie, Waffe! Du Doofnuss. Ich könnte dich kotzen. Hier ist mal wieder sowas von wertlos. Und Cory geht mir noch wegen der blöden Lust auf den Traumfall, die nicht... ...nicht hilft. Die anderen sind gestorben, weil wir den Boss gekillt haben. Was habe ich denn da gekriegt? Haartonig? Nein, das habe ich ja jetzt auch. Was soll ich bitte mit einem Haartonig? Egal. Was? Wir haben einen Tisch gekriegt. Wir haben den Tisch gekriegt. Ja. Es fehlt uns, glaube ich, nur noch ein... ...Kessel. Oder gab es zwei Tische? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall noch ein Kessel. Dann könnten wir behaupten, wir haben alles. Und den auch noch haben. Arme Cory, wie geht's dir? Du hast gar nichts mehr zum Essen. Und Cory ist zu faul zum Kämpfen. Oh, ich komme da immer durcheinander. Fruchtbar, oder? Ist Cory sogar unschuldig? Und kriegt die ganze Zeit Schimpfe. Wir brauchen Essen fürs Cory. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Essen. Nein, ich werde laufen. Shit. Vergiss es, Mädels. Sie kriegt ihr nie, 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 nie gefangen. Ja, dann... Habt ihr es oder habt ihr sie nicht? Nein. Oh, das ist auch Fleisch. Das ist auch Fleisch. Die ist gar nicht tot. Ich seh, denn da laufen auch schon wieder diese schiefe Rückenbabys rum. Und da warte ich jetzt erstmal, was es aus denen wird, die mal schon am Züchten sind. Lul. Falsche Waffe in der Hand. Ich bin so doof. Na, 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 na. Komm zurück. Ich koch dann schon mal. Ach, Kinas. Guck's doch mal. Auf den Stuhl bin ich ja schon neugierig, ne? Was ist das denn? Ich muss mal beides nicht haben. Okay. Ich brauch mal wieder Holz. Damit das Mädchen auch was zu essen kriegt. Nö, na, na, na. Na ja. Damit komm man nicht grad weit. Was? Wo ist denn das jetzt hin? Tschüss. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Gib mir mal das Grünzeug. Dann kann das zu mir schon mal anfangen zu braten. Und dann sammle ich mal noch ein bisschen. Unfreiwilligerweise. Futter machen für die Sklaven. Schrecklich. Können die das nicht selber machen? Schlimm, schlimm. Alles muss man hier selber machen. Alles müssen wir da selber machen. So, Schmuggel. Da kriegst du schon mal zu essen. Dann wird es leichter mit dem Heilen. Ja, ist ja vielleicht schon leichter. Wir haben ja eh noch Zeit, bis der nächste Event losgeht. Dann kümmern wir uns halt um Sachen wie Essen machen. Nun, 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 nun. Ach, die einen Hungerkratern. Du bist schon 50. Wieso sehen die so tot aus? Die sind sich gegenseitig verkloppt. Soll mir aber recht sein, weil ich gerade eh das Fleisch brauche. Ach, ich will die Expo damit. Nein, nein, nein. Warte, ich hab noch. Kannst du weitermachen? Wird das eigentlich abgebraten? Nee. Schnuggel, du arme, tapfere Kämpferin. Du darfst schon feines Fleisch essen, während die Anna noch Suppe essen muss, wenn du so fleißig möchtest. Wird so belohnt, darf besseres Essen essen. Die darf besseres Essen essen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, und diesmal war ich schnell genug. Diesmal war ich schnell genug mit dem Reh. Oh mein Gott. Flugi, komm her. Wow. Oh, du hast ganz schön Hunger gehabt. Bitte. Die hat ganz schön Hunger gehabt. Also. Will ja nichts sagen, ne? Die hat ganz schön Hunger gehabt. Die hat übrigens, ne, nur mal so. Unsere Koryphäe hat eine Rüstung von 1150. Ich selber habe 968 und das Ellie 640. Das heißt, das Kory hat im Moment die beste Rüstung von uns allen. Deswegen hält die wahrscheinlich auch nur so lange oder so viel auch aus. Weil die so viel Rüstung hat. Ich will nicht doch sagen, ne, ich will jetzt nicht. Schlimm. Um zu sagen, ne, ich habe heute Morgen, achte, hatte schon mal angerufen, Frau Nachbarin, ob ich heute zu ihr kommen möchte. Zum Mittag. Ich habe keine Zeit, möchte ich heute nicht. Willst du das? Ist es kurz nach 11, ruft sie mich wieder an und will wahrscheinlich schon wieder fragen, ob ich hochkomme. Wenn die Frau ist mit ihr 80, aber... Wenn ich doch nein sage. Schlimm. Ich war ja erst bei ihr. Ich war doch eher schrei. So, Kinas. Das kann eigentlich weg. Ne, 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 ne. Was haben wir denn da jetzt? Zwei, vier, sechs Schlüssel haben wir noch. Auf den Tisch bin ich gespannt. Kann man den einfach hier mal hinstellen, nur zum angucken? Geht das? Würde gehen. Das Problem ist nur, es wird gerade dunkel. Also warten wir noch einen Moment. Tag der verlorenen Seelenkern weg. Einen heißen Kaffee gönne ich mir einen Schluck. Jetzt in der Nacht, ne? Aber die Porsche kann heute eventuell noch kommen. Das ist einer der Gründe, dass wir auf jeden Fall hier unten bleiben. Aufwärmen. Jetzt wird es uns warm. Na, guck. Obwohl es Nacht ist. Ja. Gute Ideesele. Denkeschön. 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 Ich selber sollte vielleicht auch mal einen Procken essen. So. Haben wir den schon? Noch nichts? Sage mal, wie lange dauert das jetzt immer irgendwie länger? Jetzt haben wir schon Viecher gejagt. Geht du mir, Han? Nee, noch nicht. Wir wissen ja, wo es das gibt. Wir warten auf den nächsten Event. Ah, was ist Hellkinas? Komm, wir gucken uns mal den Tisch an. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Tisch. Einen größeren. Und der ist so staubig, wie das Regal schaut. Cool. Klappriger Runtertisch. Wieder einstecken, dass wir den nicht versehentlich stehen lassen. Das wäre ja peinlich. Das wäre ja peinlich. Unser Tisch vergessen. Ein staubiger Tisch. Mit viel Spinnenweben, wie das Bücherregal. Ja, jetzt müssen wir wieder da hinten hinlaufen. Heidanei. Shee war der eine Tag, wo wir die ganze Zeit das Event an derselben Stelle hatten. Ihr erinnert euch noch, ne? Shee war es damals. Nein, Schatz. Na, 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 na. Na, na, na. Die macht wieder mal Triathlon. Laufen, schwimmen, schießen oder so. Werfen, schlagen, was auch immer. Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ganz lieb bitte bitte sorgst dat variel weiß net was gut is nee 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 nene 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 kraxel kraxel Tatscha musst du dir eine backen muss du dir eine backen ist doch weihnachtszeit backt man sich einem da ist das dickerchen den wollen wir jetzt nicht schön außen rumlaufen nein 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 naja da hinten ich wusste es geht noch irgendwo rüber bin ich schon wieder dran vorbeigelaufen und was habt ihr für ein problem bleibst du euch verstanden da so grob gemerkt wo der dickerchen ist gibt es irgendwo eine abzweifung aber nur wie gesagt grob gemerkt hm nene 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 wir sind wir sind tatsächlich wieder da oben rüber vorbei weil es da hinten rüber zu dem weg geht wo wir hin müssen und 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 so das Das war's für heute. Ja, ich weiß nicht, wie hoch ist. So, wir sind praktisch jetzt wieder auf der richtigen Spur. Sehr schön. Knapp am Haus vorbei, laufen wir zur Spur, äh, zum nächsten Event. Immerhin haben wir heute schon wieder ein Möbelstück ergattert. Und noch ein Obsidian-Zeugs, das wir nicht kannten. Edward! Ich könnte so grob sagen, wir haben schon fast das komplette Zeug vom Event zusammengeklappert. Gut gemacht, Mädchen, sehr gut gemacht. Du machst ja zum Ausgang, packen Kekse auf. Wofür? 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 Hä? Mach sie mir die Nasen dann. Lecker Kekse. Kekse, ja. Ah, mhm. Nee, nee, nee. Oh, das ist schlecht. Lecker Kekse und dann nicht wissen, wo man sie gekauft hat. Das ist schlecht. Mit Kokoscreme. Okay. Ja, erstmal würde ich mal so standardmäßig erstmal alles abklappern, wo du normalerweise einkaufen gehst. Und dann überlegen, ob sie irgendwo im Sonderangebot versparen, dass das so eine Finanzsicht ist. So eine Aktion war, die es halt jetzt nicht mehr gibt, wenn du Pech hast. Weißt du? Aber erstmal würde ich abkloppern, ob es vielleicht in den Läden ist, wo du sowieso immer rumspringst. Zwei große. Da ist noch was rumgelaufen gerade. Ein Welpe. Ein Welpe. Komm her, kleiner Scheißer. Kommst du wohl daher? Gibt's doch nicht. Wo ist der jetzt hin? Komm her, du kleiner Scheißer. Hab ich ihn? Ich weiß es nicht. Wo ist der hin? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Du könnt die Mama töten. Ich hab's Baby. Ich hab's Baby. Ich hab's Baby. Jippie. Ein Hundekind. Ein Hundekind. Das hat sich anders bewegt, wie die zwei, die da rumgehockt haben. Das hat mich irritiert. Da oben ist noch eins. Seht ihr? Da ist noch eins. Ziemlich ab. Abseits von den Alten. Könnten wir relativ leicht fangen. Dann hab ich schon wieder vier Tierbabys dabei. Ich will ja nix sagen. Wo ist es? Da. Hab ich's? Ja. Klick muss der Mensch haben. Schaut euch das an. Vier Kinderchen haben wir schon wieder. Also packst Deine. Ja. Eviste. Vor allem bei der Damminaß. Oh nein. Ich weiß nicht. Oh nein. Ich weiß nicht. Ja, Schluss, aus. Wir sind schon wieder voll. Unglaublich, oder? Wir haben schon wieder vier Tierbabys. Das bin ich hier echt nicht gewöhnt. Wenn wir Glück haben, kriegt man mal einen gescheiten Hund raus. Während so einen normalen Hund haben wir ja schon rumstehen, den wir mal gefunden haben. Zwei Welpen? Wow. Nicht schlecht. Ich habe mir ganz normale Kekse für Weihnachten geholt. Stinknormale Keksmischung. Mit ein bisschen Schuggi dran und dann, ja. Und so und so. Diese Lebkuchenwäsche, so Herzensterne, Brezel. Diese komischen Packungen, da habe ich mir auch noch eine gegönnt. Du meinst Sellen, oder? Wie die Kekse heischen. Ich glaube, du musst warten, bis sie den Mund frei hat, dass sie dir antworten kann. Wir müssen uns nicht mehr weinen, wie es das Besondere tun muss. Hahahaha Wir warten, überhaupt nicht neugierig, schluck mal schneller runter. Nie, nie, nie. Du dusseliger Hund, und ihr will doch keiner was. Söööööön! Vielleicht willst du auch ihren Geheimtipp nicht verraten, das kann natürlich auch sein, ne? So Geheimtipp-Kekse. Hallo Re. Darf ich? Danke. Wie immer müssen wir uns hier erstmal durchprügeln. Mach mal! So kann das hier gehen, ne? Gelbe Tonne Auseinanderfummeln, damit man Antworten findet. Wie sich das jetzt anhört. Guck mal! Da war ne Kiste, die hab ich glaube ich noch nie gesehen. Und während die Mädels sich prügeln... Warte mal. ... 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 Nein, nein, nein. Ellie ist wieder zu faul, die Waffen in die Flute zu nehmen. Schlimm. Ja, lass mich doch in Ruhe. Hallo, hast du was nicht kapiert? Seit wann sind hier Kisten? Ich hab's schon nie gesehen. Ja, Kekse sind Kekse, weißt du? Kekse sind Kekse. Die teilt man nicht immer so. Was ist das? Dann schnappt euch den Typ mal. Nee. Nee. Nee, du willst nicht zu mir, ich schwöre. Ich geh mal kurz in die Nierengegend so ein, zwei Hackeballchen rein. Finde ich, tut ihm gut, oder? Das hat ihm gut getan. Der hatte, wenn ich das richtig gesehen hab. Verbandszeug dabei. Teerkugel, heute Messer. Das ist kein Weg. Schlimm. Das muss ich ja schon mal gar nicht schleppen. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Ich glaub, von denen hat er. Kinas, lass mich mal durch. Ach, guckt. Wir haben beide Tische. Es fehlt uns ja wirklich nur noch der Kessel. Ich wusste, es gibt zwei Sorten Tische. Hoch. Hoch. Guck. Seht ihr, der sieht anastas aus. Der ist länglich und der ist rund. Cool. Wir haben heute ja richtig Glück. Ich habe keine Tränke mehr. Was sind wir gut, Kinos? Was sind wir gut? Es fehlt uns nur noch der Kessel. Ich glaube, ich nehme die Abkürzung für nach Hause. Bis ich dann nämlich mich leer geräumt habe, sind die Mädels dann auch da. Dann sind die Mädels auch da. Aber allein schon wegen den ganzen Jungvieh. Ich muss mich leer machen. Ich brauche keine Creme. Wie gesagt, ich habe so eine ganz stinknormale Gebäckmischung mir geholt für die Feiertage und ein bisschen Lebkuchen. Das muss reichen. Jetzt ist sie nicht mehr in Bewegung. Jetzt ist sie nicht mehr so schnell. Jetzt war sie nicht mehr in Bewegung. Entwickeln. Noch mal eines, ja. Was brauche ich denn da jetzt an Essen? Ich glaube ich nicht mehr so. Doch, Scheibenfleisch habe ich welches. Das ist für die Hunde. Zwei. Zwei. Aber Fingers haben wir glaube ich keine mehr, oder? Ach du liebes Läschen. Ich bin jetzt. Ich bin nicht mehr so schön. Ich bin nicht mehr so schön. Ich bin sie ja so schön. Ich bin so schön. Die Insekten haben sich mal wieder eine Katze gekreilt, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie die da stehen. Wenn ihr Männchenfleisch hattet, dann ist es verdorben, okay. Ach Mädel, beweg dich. Normalerweise funktioniert es doch. Oh, und da sind ein paar Pferdich. Schaut mal, ich glaube... Kein Leuchtauge. Ich dachte, ich hätte ein Leuchtauge gesehen. Nee. Die sind noch nicht ganz fertig, na guck. Da haben wir auch kein Männchenfleisch mehr. Was ist sowas? Ein Babywoof und ein Fleisch. Brust, Moment bitte. Das ist sowas. So, was hier istbrar. Kein Leuchtauge und ein Babywoof versucht sich mit der Leuchtauge zu passen. So, was das an der Leuchtauge gegeben ist? Das ist es total. Da geht es um das Leuchtauge, wenn wir eine Leuchtauge sehen. Das ist ein Luchte deutage. Ich bin gerade das Leuchtauge mit dem Leuchtauge. Das war's für heute. 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 Ah, eine Pfanne. Und das war's für heute. Und das war's für heute. 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 Und das war's für heute. Das war's für heute. Keulen? Keulen könnte ich noch haben. Warte mal, Schätzchen. Keulen könnte ich haben. Besser wäre natürlich Menschenfleisch. Wahrscheinlich höhere Chancen für Dings, aber ist egal, dass da ist also auch. Ja stimmt schon. Stimmt schon selten. Menschenfleisch haben wir nicht im Vorrat. Das möchte kein Sklabel hören. Ja, könnte es dem Sklaven leicht flau im Bauch werden. Muss er durch. Dann kann er schon mal überlegen, was er alles angestellt hat, ob er als nächstes drankommt. Jetzt haben wir gar keinen Platz hier drin. Wie weit seid ihr denn? Macht mal hinne. Macht mal ein bisschen schneller. Zellen und ihre trockenen Sprüche. Das ist manchmal echt zum Piepen. Dann muss der Sklave sich überlegen, was er ganz furchtbar dringend vergessen hat zu erledigen. So, dann lasst uns mal unsere beiden Tische abstellen. Nicht ruckeln. Nicht ruckeln. Achja, da ist der eine. Wo ist der andere? Schick, schick. Schick, schick. Dann haben wir den noch. Stellen wir den jetzt auf die Schnelle ab. Da in die Wand. Jetzt müssen wir dann irgendwann mal überlegen, was wir da draus machen. Das war bestimmt nur ein teures Möbelstück. Aber, ja. Ja. So sehen die Möbel aus, die wir im Event kriegen. Ich könnte die auch anders rumstellen. Warte mal. So, Hauptsache steht halt, ne? Muss halt, ne? So. So, Kinos. Dann haben wir schwarze Farbe gefunden. Das bleibt auf jeden Fall nicht hier stehen. Da können wir uns dann mal drum, wenn wir das wieder aktiver machen. Drei Tierkinder warten noch auf ihren Einsatz. Ja, jetzt war ich wegen der Post ja eigentlich eh vom Computer weg. Da hätte ich ja noch schnell ins Bad flitzen können. Und ich war jetzt so fixiert, das Päckchen aufzukriegen. Egal, Mutts, das sind ja eh schon über drei Stunden. Also von daher. Nur ein bisschen durchhalten und dann... Nichts Rücken. Nichts Rücken. Nichts Rücken. Nichts Rücken. sondern mal ein bisschen. Nichts Rücken. Und so viel Waffen und Zeugs, dass wir einfach mal einen Schwung wieder schrotten können. Das haben wir so alles doppelt und dreifach. Obsidian, wo hat man das? Hier, ne? Ich weiß, dass wir schon mal welches hatten da. Tierköpfe. Hier nicht? Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Das ist Koffenstahl, Feiler. Aufsätze für stumpfe Waffen finden wir auch ziemlich häufig. Ich weiß. Hm. Dann habe ich heute sogar schon unfreiwillig Sport gemacht, weil der Aufzug von den vielen Paketen, die gerade ausgeliefert werden, blockiert war. Dann musste ich die Treppen zumindest runter laufen. Hoch bin ich dann nicht mit dem Paket. Und das ist mit einer... hatte so schon keine Luft mehr. Runter ist schon anstrengend. Ihr kennt das, ne? Manchmal ist sie runter gehen oder bergrunter, schlimmer wie berghoch. Manchmal. So in die Warten und so, ne? Aber wenn man keine Luft hat, ist es egal, ob hoch oder runter. Ja, jetzt kommen die Viecher nicht. Kommt schon, der netzte Pika. Macht hinne. Kann hier jetzt nicht so schwer sein. Wir haben hier einen Stall voll Viecher noch, die auch groß gezogen werden möchten. Und von denen da haben wir ja tatsächlich schon ein mächtiges Viech. Da steht nämlich oben auf dem Balkon der Big Mac. Und dann haben wir noch ein mächtiges Krokodil. Ein mächtiges Waffaran fehlt uns noch. Schön, ist einfach hübsch das Pferd, muss man sagen. Hübsch. Hat eine schicke Farbe. So, wenn wir jetzt schon auf die ganzen dustigen Babys warten müssen, dann kann ich auch noch schnell ein Menschlein abschlachten gehen. Was man nicht alles für seine Lieblinge tut. Was man nicht alles für seine Lieblinge tut, ne? Ähem. Nur deswegen. Ich schwöre. Nur deswegen. Wenn meine Lieblinge möchten... Menschenfleisch. Ich kann doch nicht Nein sagen. Oder wie seht ihr das? Kann ich doch nicht Nein sagen. Oder würdet ihr Durst tun? Nein. Muss doch seine Lieblinge versorgen. Nein, das ist nicht die... Soll ich nur, dass das hier... Uh! 3 Euro mehr von Ronson. Ganz 3 Euro mehr. Ja, ich habe keine Sklauen hinter mir. Man merkt sofort. Ich muss mich mal kurz alleine kümmern. Waren ja nur 4 Tierchen. Das geht ja, ne? Müll. Ich musste mich mal kurz kümmern. Mh. 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 freundlich von dir. Sehr freundlich. Ich werde dich nämlich jetzt verfüttern. Danke. Ich bin schon fertig. Ich hab doch mindestens zwei, ne? Ja. Das langt. Der war sehr freundlich, findet ihr nicht auch? Er hat sich geopfert für meine Tierchen. Ganz freiwillig. Ist angerennt gekommen, ist mir nachgelaufen. Der wollte das unbedingt, ich schwöre. Der hat das gewollt. Ich weiß nicht, warum der jetzt vielleicht jammern sollte. Der hat das gewollt. Eindeutig. Schauen wir mal, wie der angezogen war, ne? Wer kennt doch diese Sprüche, ne? Der hat das gewollt. Ähm. Hunde? Ja, komm. Wir haben da vorne Viecher stehen. Die wollen auch noch trainieren. Komm mit. Komm mit. Und ich glaube, da sind noch Katzen. Die können wir auch noch mitnehmen. Da hinten sind nämlich ein Bärchen und so. Die hätten gern eine Gesellschaft, komm. Guck, guck. Ich habe euch Arbeit mitgebracht. Spielzeug. Ja, ein Spielzeug für euch. Kümmert ihr euch mal. Dafür seid ihr doch da. Es müsstet ihr doch schaffen, oder? Immerhin ein mächtiger Bär und eine normale Katze. Ja, also. Warum nicht gleich? Ach, guck mal. Ein Ellie ist da. Ein Ellie ist da. Philips, wie gut. Dann müsste das Curry auch da sein. Und dann. So, das war das. Musste ich da jetzt noch... Dann wiegen wir nichts mehr? Jetzt können wir auf den eigentlichen Dings zu suchen. So, du kannst die Keulen wieder haben. Decke. Hast du eigentlich noch? Nee. Hast du? Nee. Hast du? Nee. Und dafür sind jetzt die anderen Viecher. Da seht ihr, dass schnell den Menschen abschlachten gehen, das hat sich gelohnt. Jetzt sind die anderen Viecher nämlich fertig. Einmal Schieferrücken. Einmal Bärchen. Nochmal Schieferrücken. Einmal Wuffi. Einmal du. Ach shit, jetzt hat er das falsche gegessen. Und einmal du. Mach ich das lieber. Ja. Egal. Zwei Hunde und zwei Dingsbums haben wir drin. Schieferrücken hatten wir eh noch gar keine. Hm. 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 Zwei nochmal Grünen. Zwei nochmal Grünen. Ja. Die sind nichts besonderes. Wenn beide nichts besonderes haben, beide dieselben Startwerte, okay. Okay. Und das Bärchen, haben wir schon gesehen, ist auf jeden Fall kein besonderes Bärchen geworden. Aber die hat sich ja aus falscher Fütter gekannt. Den machen wir da hinten dazu. Und dann kriegst du mal Gesellschaft hingestellt. Artgenossische Gesellschaft. Guck mal wie viel kleiner der ist. Wahnsinn, oder? Ich die jetzt. Wie viel kleiner der ist. Schon der Hammer. Nee, wir müssen erst noch Essen machen. Das hilft nichts. Warte mal. Dings esst ihr aber nicht, oder? Guck mal da schon. Nein, nein, nein. Da kriegt ihr... Ist hier das, oder ist hier das nicht? Doch, ne? Gegrillte Köln ist hier. Dann haben wir zumindest mal wieder einen Platz für Fleisch zu sammeln, wenn die Sklavinnen auch mal Fleisch essen dürfen. Gegrillte Köln ist hier. Oh, Gott. Zoom! Das dauert ja jetzt im Moment. Dann mache ich jetzt doch noch mal ganz kurz das Bäuschen und bin gleich wieder da. Vielen Dank. 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 Dann kriegst du das Baby. Nee? Vielen Dank. Vielen Dank. Sag doch einfach, du willst gerade einen Knutscher geben und ein gutes. Es ist doch fast Weihnachten. So, muss ich das mal rausnehmen, weil das will ich nicht mitschneppen. Gut. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir ja hier runter. Jetzt noch geht's. Gut. Entschuldigung, aber wer verhält sich denn schon seinem Alter entsprechend? Sagen wir jetzt besser nichts dazu, oder? Ja? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Interessant ist es dann so, wenn man sich dann körperlich wie 100 fühlt und im Kopf wie 20, dann wird es interessant. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir schwimmen wie ein Weltmeich, da guckt euch das mal an, was eine riesen Strecke wir gerade schwimmen. Wie kommt die da heute noch an? 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 Da muss ich ja... Nee, 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 nee. Nur weil die gerade so schrecklich lange schwimmt, habe ich mal kurz in den Discord reingelinzt. Man sieht gerade, ich muss Six schon nicht mehr Klugscheißer schimpfen. Das hat schon Bran für mich gemacht. Nun liegt der Discord auf dem anderen Bildschirm und dann hat sich wohl der Ton ausgeschaltet. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja eben, alt wird man von ganzer Leute. Hey, da muss man nichts für tun. Wie wäre es, wenn du mal ganz brav deine Messer in die Pfoten nimmst? Und Annie ist wieder zu vorn. Ja. Ja. Dass der Körper älter wird, dagegen können wir wenig machen. Aber dass unser Kopf nicht so schnell altert, da kann man normalerweise eine ganze Menge dafür tun. Und ja. So. 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 Gleich müssten die Dinger hochgehen. Fack dich vor meiner Nase! Selen will uns also sagen, auch ihr Köpfchen wird schon alt. Sagen wir jetzt mal nichts dazu, oder? Hallo! Was soll der Scheiß? Elli, mach gefälligst deine Arbeit verdammt nochmal! Wegen dir sterben wir hier noch. Du musst zu deinem Patenkind, na dann viel Spaß, Variel. Bis denn, oder? Ich seh nichts mehr. Ist ja schön, dass Elli kommt, weil ich angegriffen würde, aber dann nichts macht. Guckt euch das mal an. Was nützt mir denn das? Die Doofnuss. Da kannst du doch nur schimpfen wie ein Rohrschwanz. So, ihr seid's beschäftigt. Und ich sause ab durch die Mitte. Wie schnell der von einer anderen Ecke hinter mir her war. Unglaublich. So, aber... Ich hatte Erfolg. Die vier Dinge. Jetzt kriegt Elli Kloppe. Jetzt müssen wir alle da rüberziehen. Komm. Weil sich das Elli dumm anstellt, haben wir jetzt hier ein Problem. Ich überlebe den Boss nämlich nicht. Curry. Curry nimmt den Boss. Curry. Komm schon. Lass die scheiß blauen. Nimm den Boss. Ich pack den doch nicht. Das Elli soll selber kämpfen, die faule Socke. Die ochre. Die lockers nicht Simple. Das weiß ich. heidi doof muss nicht gescheit kämpft ist doch zum heulen ihr seht mein mein leiden ich krieg die akku vom boss auch nicht auf curry abgelegt weil die voll auf die blauen konzentriert ist den hat sie gehen holt ihr den boss bitte na endlich sie hat den boss endlich wo ist der boss jetzt wo ist denn dem seine leiche hallo wo ist denn dem seine leiche und da ist die truhe wo ist denn seine leiche ja die meisten ich musste wieder unten am rand vom vom geschehen abstellen weil das ist lebensgefährlich was die da macht am anfang vom vom stream tut sie immer schön mitlaufen nur kämpft auch artig und alles und dann so nach zwei drei stunden weigert sie sich ihre waffen zu benutzen ich habe die ja hauptsächlich zwar dabei weil sie mich gesund tanzen kann aber es geht ja ums prinzip wenn die dann an rennt und die akku zieht und selber nicht kämpft gefährdet ihr eigenes leben und das leben dessen den sie beschützen soll doppelt was das regt mich auf das sollte so nicht sein das sollte so nicht sein ich krieg zur strafe jedenfalls glaube ich in zukunft doch kein kein fleisch mehr das hat sie nicht verdient finde ich aber wo ist denn post eine leiche finde ich lustig die ist weg die ist weg bevor man sie überhaupt gesehen haben dafür sind die ganzen blauen lustigerweise noch da komisch ja er hat sich sterbend im sand verbudelt damit man ja nicht seine beute kriegen der böse man dass wir ja nicht seine beute kriegen das war jetzt ein harter kampf selber fast drauf gegangen er die beschützen müssen weil die nicht tut gott sei dank hat kori so eine gute rüstung die haut dann so schnell nix um so größeren schluck trinken ich finde es immer wieder schade dass die mitte drinnen aufhört zu kämpfen die die ja die 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 Der endlichste Vorteil, dass die noch mitgerannt ist, war halt einfach, dass die mich während dem Steineverhauen von der Verderbnis geheilt hat. Selbst wenn es dann ein bisschen länger gedauert hätte, war ich nicht in der kritischen Phase gekommen. Aber das war der endlichste Vorteil. Na, Kobi, wie geht's dir? Er hat sich schon fast erholt. Ist der 1150 Rüstung? Die hat mehr Rüstungswerte wie ich. Ich habe nur 960 Rüstungswerte. Ich meine, ihr fascht es selber an. Na, nur fascht. Ich habe ja noch hier einen Aspekt des Wolfes, Brustplatte des Wolfes, aber untere Leibzeug gibt's dafür nicht. Ich muss dringend mal reparieren, wenn die Schuhe und so... Ohlala! Dringend! Das vergessen wir bestimmt wieder. Kann ich das? Du hast... Ah, die sind ja auch fast kaputt. Und du? Du hast nicht mal ganz so gut da an. Okay. Wo müssen wir als nächstes hin? Oh, da ist genug für heute. Ich kann mich grad nicht entscheiden. Ja. 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 Ist das Nacht, oder? Was sieht das nur so aus? Das Lichtding da ist witzig. Hm. Ja, das ist damals halt irgendwie, ich hab das Gefühl, ein bisschen länger wie früher. Ich weiß es nicht. Das ist immer dieses Thema, geh ich dir jetzt weg, dann ist garantiert hier wieder das Ding. Bleiben wir, dann geht's wahrscheinlich woanders das weiter. Würde mich ja nicht wundern. Ist doch immer so. Ja. Hm-hm-hm. Hm-hm-hm. Mal gucken, ob wir da schon vielleicht noch was übersehen haben, aber ich glaube es fast nicht. Also so wie es aussieht, gibt es in Zippa drei Stellen, wo das Event stattfindet. Und an diesen drei Stellen tut es dann random auftauchen. Starte hier mal, kommen ein bisschen mehr rund. Aber es sieht nicht so aus. Aber ein paar Stellen haben wir wegen dem Event trotzdem gefunden, die wir noch nicht hatten. Lustigerweise. Obwohl man dem Gebiet gefühlt eine Million Jahre schon rumgerannt sind. Was esst ihr denn heute so zu Mittag? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, Kartoffelpüree mit Mischgemüse und Brastwurst. Ja, das klingt doch mal mega lecker. Ja, das klingt doch mal mega lecker. Ich bin mal spätisch. Ich bin mal spätisch. Ich bin mal spätisch. Was spezielles oder bestellst du? Ja. Du machst das selber. Schemz in dir, na? So. 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 That's what he does who does. Elf von den Echsen kriegen wir zurück. Elf Stück. Bleib da, bleib da, bleib da, ich bin noch nicht fertig. Danke. Das waren jede Menge Drachensachen. Gut. Seite. Ich hätte noch Bambi-Coreng in der Tor. Oder eigentlich wollte ich ja gestern Möhrchensuppe machen, die habe ich auch noch nicht gemacht. Ich war gestern faul, ich habe dann nur schnell ein paar Schnitten gegessen. So entweder Bambi-Coreng oder Frikadellen, irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht, wie ich lustig bin. Mit beiden, wie könnte ich dann die Pfanne einweihen? Oder ich hätte ja noch Paprika. Eine Paprika-Pfanne mit Hackfleisch würde auch gehen. Den kriegt ihr eh nicht. Den kriegt ihr eh nicht, komm. Der ist zu schnell für uns. Gessen hast du Rinderrouladen gemacht, mitten in der Woche. Lecker. Und das schon vorgekocht für Weihnachten. Das machen die auch viele an Weihnachten. Da ist noch Drachen. Ach, jetzt sollen wir da oben hin. Leider war bei uns Rouladen nicht im Angebot. Und für 14 Euro Kilo ist man definitiv zu viel. Dafür habe ich dann Spanfergelrollbraten gekriegt, für nur 10 Euro. Oh, der war dann billiger wie Rouladen. Was ist jetzt schnell? Aber ja, schmeckt gut. Diese bläden Insekten. Oops, oops, oops. Oops, oops, oops. Oops, oops, oops. Ein halbes Bambi. Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, was koche ich nun? Keine Ahnung. Schlimm, schlimm. Kann mich nicht entscheiden. Schlimm, schlimm. 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 Da mussten wir nicht mal schwimmen. Das ganze Stück nicht schwimmen. Machen wir noch eine Runde und dann reicht das für heute. Morgen geht es dann weiter und der Hackebein sieht geil aus, die Muschdeuerung auf der Waffe, das sieht schon toll aus. Das sieht schon toll aus. Das sind so kleine Details, die ein Spiel einfach erst mal besonders machen. Dass es so kleine Details gibt. Und wenn man unten guckt, diese Halter unten, das sieht aus wie eine Hand. Das sieht ja aus wie eine Hand. Das sieht ja aus wie eine Hand. Ja, ne? Das macht es ja schon besonders. Ja. 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 Und die Felsen rumschwimmen. Eigentlich müssen wir da hinten hin. Wir müssen da hinten hin. Wir müssen da hinten hin. No, 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 no. Schwing, schwing, schwing. Gleich sind wir wieder an Land. Gleich sind wir wieder an Land. Und solange die sich da unten jetzt nicht festbacken, das haben wir ja auch schon gehabt, dass die Schneggis sich dann weggepackt haben, wo sie warten sollten, mussten, konnten. Da kommt zu mich aber schon mal eine an. Das sind beide da. Das ist ja schön. Wir sind beide gefolgt. Und schon mal erinnern, wer von euch sein Adventstütchen noch nicht aufgemacht hat. Geht ja immer nur, solange ich online bin. So schnell, schnell. So ein Klang machen wir nicht mehr. Das schlimm ist halt, dass dieses RL-Püppchen, das dafür sorgt, dass das Püppchen, das ihr seht, sich bewegt und so auch gefüttert werden wird. Das ist schon dumm, gell? Das will auch mal gefüttert werden und all so komische Sachen. Schlimm, ich weiß. Schlimm, ich weiß. Jede Menge Schlangen und Skorpione. Wo sind wir da schon wieder hingeraten? Schlimm. 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 Das sind die Hunde, also Wölfe. Was, die haben uns da hinten gesehen? Unglaublich. Ne, doch nicht. Die sind wegen irgendwas anderes aufgesprungen. Wollte grad sagen, das wäre jetzt der Hammer. So weit, wie die weg waren. So, der ewig dunkle Wald. Das müssen wir uns jetzt auch noch durchkämpfen. Am besten am Wasser entlang laufen. Das hat das letzte Mal eigentlich ganz gut getan. Worausgesetzt, wir kommen ans Wasser. Krrrk, krrrk, krrrk. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Krrrk, krrrk. Krrrk, krrrk, krrrk. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Denk ich noch einer von euch? Witch hat die zweite Staffel geguckt. Noch nicht? Okay. Ich hab nur noch eine Folge. Ähm. Kenn ich das hier schon? Kenn ich das hier schon? Ich glaube nicht. Ein Schiff mitten im Wald hatten wir noch nie gesehen, oder? Ich glaube nicht. Und das ist natürlich nicht unbesuchbar. Das heißt, ich bin noch in der Geschichte geb найдet wollen. He, du bist unfreundlicherstelliger. Und sehr das einfach hin und mit der Geschichte ich fullness vorhergehend die Idee von euch vor allem, ich rein doch bei euch messen. Und mit dem� ja, recht 𝑽 𝑽 𝑡 𝑽𝑄𝑑𝑆𝑚𝑾 took haglu Der Ort muss doch einen Namen haben, der schon so lustig ist. So ein Riesenschiff mittendrin. Und er sagt, der hat keinen Namen. Ich will dich auf der Karte... Ah, das verfluchte Wrack. Wieder was gefunden, was wir noch nicht hatten. Na, guck! Wieder was gefunden, das uns noch gefehlt hat. Das eine ist wegen dem Event. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass es ja wohl jetzt öfter Events geben soll. So wie das hier. Aber es sind nur Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt. Nee, nee, ich speilere schon. Ich habe keine Sorge. Nur eine Schweilung. Und alle anderen Leichen sind schon weg. Okay. Es waren also nur drei Beschützer auf dem Schiff. Aber wir haben es jetzt auf der Karte. Nicht schlecht. Lass mir noch alles finden. Sagen, wir mal überlegen, was für eine Stundenanzahl, wie die Karte schon abgerannt sind. Und finden immer noch Sachen. Ist jetzt offiziell? Okay. Also werden wir öfter so lustige Events abklappern. Na dann. Ja, und die nützen mir nichts, weil das ist ja Englisch. Das nutzt mir ja nichts. So, wir sind im Wasser. Wie gesagt, ich habe halt Gerüchte gehört, aber die Quellen waren mir nicht zuverlässig genug. Und von daher dachte ich, ich warte mal noch ab. Wenn du sagst. So, wenn wir jetzt schaffen, einigermaßen geschickt dem Flusslauf zu folgen, sollten wir ganz gut zu diesem Eventbereich kommen. ganz gut. Also zumindest bleiben unsere Füße schon mal sauber. Gefühlt eine Million Krokodile wollen uns essen. Wenn auch jemand Krokosteeks will, hinter mir, bedient euch. Oh ne, diesmal eine Katze. Ich habe Pinselöhrchen gesehen. Also wer noch eine Katzendecke braucht für die Oma, damit die Gelenke nicht so wehtun. Habe ich auch gerade im Angebot. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So, jetzt werde ich sauber. Na so, geht hier mal gar nicht, was ihr da abzieht. So, darf ich jetzt weiterlaufen. Wo war ich? War ich stehen geblieben? Achso, das Katzenfell für die Oma. Heute im Angebot nur 3000 Gold. Äh, oder so. Ich muss natürlich meine Wunden versorgen, ne? Und zwar ist klar wie, ne? Die müssen auch versorgt werden. Das werden sie, wie bei Selen, wieder ganz Fleisch um die Nase, wenn ich überlege, wo ich Svenschenfleisch habe. Weil ich kann es mal im Angebot haben. Du musst schon lossehen, Derenna. Ja, dann schönen Tag noch und so. Schön, dass du da warst, bis zum nächsten Mal. Also theoretisch morgen. Also theoretisch morgen. So, wir sind gleich da. Was ist denn hier schon wieder? Dämliche Hunde. Hat's hier jetzt mal. Was ist denn schlimm? Was ist denn schlimm? Was ist denn schlimm? Was ist denn schlimm? Nein, nein, nein. So, und jetzt müssten wir theoretisch, relativ theoretisch, einfach da hinkommen. Aber ich glaube, das wird dann doch nicht ganz so einfach. Sieht aber noch gut aus. Sieht aber noch gut aus. Da, an den Wasserfall erinnere ich mich auch. Ich glaube, wir sind wirklich gut dran. Da ist das Wasser hier nicht so gut eingezeichnet, das wir da gesehen haben. Kinas, kümmert euch. Wir haben gleich Wichtigeres zu tun. Theoretisch müssen wir nur noch geradeaus laufen. Na, schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Wir sind doch. Wir sind doch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zweimal Ja ist jetzt gut Darf ich hier weitermachen? Danke Ich sag dir, ich will hier weitermachen. Danke Einen Schluck trinken Wir sind Kilometer durch den Fluss gewartet, aber sind am verdursten. Wie geil ist das denn mal wieder? Keiner von euch hat mich erinnert, dass ich noch trinken könnte Hey! Beweg dich! Nicht sterben Das wäre jetzt ganz ungünstig Ohi! Mach mal! Gutes Mädchen Was ist denn tot? Das sind ja so zäh Wo sind die anderen, die ihr getötet habt? Theoretisch Der hat nix Das waren doch mehr wie zwei Das waren doch mehr wie zwei Da latschen noch zwei Dann holt euch der Boss Dann holt euch der Boss Hey Ich sag's euch Das ist nicht Das Leben als Sklavenhalterin ist nicht leicht Ich sag's euch Es ist nicht leicht Es ist nicht leicht Okay Ich verstehe ich Na guck Ellie steht nur nebendran und guckt zu, wie ich verhauen werde, statt ihren Job zu machen Ich sollte so auf Hunger auf Diät setzen, ihr wisst schon, ne? Er hat doch nichts verdient Kein lecker Futter Kein lecker Futter Nicht so wie Skori, dass Todes mutig sich wieder reinhängt Gutes Mädchen Ich helfe dir auch nochmal Au Au Ja, als wenn sie dann was richtig machen würde Ist klar Wir haben wieder einen Schrank gekriegt Leider kein Kessel Schade, aber okay Okay Wir beklagen uns ja nicht Hört ihr das? Hier fliegt ein Hubschraubschraub Hört ihr das? Jetzt ist er weg Der kreist manchmal ums Haus Wenn der zur Autobahn fliegt Ganz witzig Ja, wir haben es geschafft Wir sind immerhin nicht einmal gestorben Also wir sind schon einmal gestorben Wir haben aber aus eigener Hand Wir wollten sterben Ansonsten haben wir heute eines überlebt Immerhin So So Wie gesagt Wir haben nochmal einen Schrank Böse Gucken Ne? Das müssen wir nochmal üben Das müssen wir nochmal üben Wenn das Wenn das nicht mal da ist Ordentlich ausschimpfen So geht das ja hier nicht Ne? So geht das hier ja nicht Ne, dran stehen und Däumchen drehen So geht das ja nicht Aber Nichtsdestotrotz Wir machen morgen weiter Ja Das reicht wieder Wir haben schon wieder fast 5 Stunden Es war schön, dass ihr da wart Wie immer Ähm, ja Dafür bedanke ich mich auch Dass ihr da wart Dass ihr ja Wie immer Ein bisschen gequasselt habt Und Zugeguckt habt Und Und so Und mitgefiebert Und Überhaupt Und sowieso Und ja Macht's euch noch einen wunderhübschen Tag Soweit Das auch immer möglich ist Äh Wie gesagt Morgen ist Mittwoch Ist nochmal Konentag Ähm Soweit wie ich mich Pran verstanden hat Wird's auch am Donnerstag Ganz normal Ess so geben Also erst um 11 Ne? Und Dann Müssen wir uns Was immer Infallen lassen Ihr Rippelt euch ja nicht Auf dem Discord Da hab ich ja auch schon gefragt Ob ihr irgendwelche Wünsche Vorstellungen Für Weihnachten habt Aber da rippelt ihr euch ja auch nicht Ähm Ja Muss ich mal gucken Mal sehen Bis dorthin Ciao Ciao